Am Wochenende steigt zu Gunze das Dance-Opener... ZGUNZGEN! ZGUNZGEN! Am Wochenende steigt ZGUNZGEN! ZGUNZGEN! Das ist ein Scheiss-Name da! Für diese Person gibt es jetzt möglicherweise ein Ei... Ne! Fuhrer Scheissmann! Dann! Das bringt nichts! Es bringt gar nichts, wenn ich mich aufrege! Nein! Heute Nacht ist die erste... Scheisse! Morgen ist der grosse Tag. Die FCB und eBay spielen in Basel im St. Jabo... Ja, Boxcarp! Beide wollen nämlich Nachfolger vom Vizetrainer Nazi... Äh... Nazi Kuhn, du! Polizei! Polizei! Jetzt mit... Ah! Das und jetzt! Das und mehr! Nein! Sichergestellt! Ah, 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 ah. Du, du, du! Wer? Ich habe nur... Irgendetwas hat mir da auf den Kopf geschissen. Mal, hat mir voll ein Vogel auf den Kopf geschissen? Mittlerweile ist der Tresor der Polizei in einer aufwendigen Aktion geborgen worden. Man hat... Jetzt schnell das Telefon. Für die M1... Scheisse, was immer. Aber hallo! Oh nein, Scheisse! Das ist ein dreckiges Feld und schreift. Das wäre es gewesen. Eine Woche Zirkus ist vorbei. Ich hoffe, Ihnen zuhause hat es gefallen. Mir hat es auf alle Fälle, auch wenn es natürlich ein Krampf war. Und genau darum gehe ich mich jetzt in meinem Zirkuswagen auch noch etwas ausruhen. Ah! Ah, fuck! Ah! Kenisblume. Sie ist die weltweit grösste Blume, erinnert optisch an das männliche Geschlechtsteil und stinkt wie einen toten, vergammelten Fisch. Der Titan. Ah! Nein, ich kann das nicht! Nein! Nein! Es geht nicht! Zum ersten Mal, es ist nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig. 18 Jahre war Regierungsrat. Vorher war 12 Jahre im Nationalrat. Und 8 Jahre im Kantonsrat. Und 6 Jahre im Gemeinsam. ... ... ... ... ...